Die Vision ist, dass man ein Auto hat, das ohne Abgase fährt. Wir haben hier ein neues Konzept, natürlich auch wieder mit Allrad, vier Elektromotoren, mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 300 kmh, mit Top-Beschleunigungen. Das alles ist zu zeigen, es ist möglich, auch mit einem elektrischen Auto. Aber das Tolle ist eben, dass man hier stromunabhängig ist, dass wir unseren eigenen Strom herstellen. Das heißt, solange wir unser Alkohol, unser Methanol an Bord haben, bleibt das Auto nicht stehen und damit laden wir eben unsere Batterie auch während der Fahrt, während ich einkaufe, während ich im Straßenverkehr bin. Wir sind sicher, dass alle anderen Firmen auf dieses Konzept aufspringen müssen, weil das ist in meinen Augen momentan die einzige Version, wie man in der Zukunft abgasfrei Autos herstellen kann. die Untertitelung des ZDF, 2020